EnduroShield entwickelte ein revolutionäres System zur Glassanierung und Kratzerentfernung. Das EnduroShield Sanierungssystem wurde entwickelt, um nur mit zwei einfachen Schritten alle Arten von Glas zu sanieren, die aufgrund von Flecken oder Kratzerbildung beschädigt wurden. Glasoberflächen wie Duschwände und Glasgeländer sind ständig harten Bedingungen ausgesetzt, die das Glas beschädigen können. Hartes Wasser, Seife, Shampoos, Kalkablagerungen, Dreck, Chemikalien, Salz und Schmutz können zu Fleckenbildung und Verätzung der Glasoberfläche führen, was mit üblichen Haushaltsreinigern nicht entfernt werden kann. Dies stellt ein großes Marktpotenzial dar, um Kunden sowohl im Wohn- als auch im Gewerbebereich einen Glassanierungsdienst anzubieten. Mit dem EnduroShield Glassanierungssystem kann beim Glas ein fast neuer Zustand wiederhergestellt werden und das zu einem Bruchteil der Kosten einer Neuanschaffung. Zu den häufigen Bereichen, in denen Fleckenbildung auftritt, gehören Duschwände, Glasgeländer und Glaszäune für Pools, Außenfenster, besonders in der Nähe des Meeres, Autowaschanlagen, Busse, Marineglas. Einer der Hauptschwachpunkte von Glas ist, dass es leicht beschädigt oder zerkratzt werden kann. Kratzer können versehentlich durch falsche Handhabung in einer Fabrik oder während der Installation passieren. Eine große Menge an Glas wird verschwendet, bevor es überhaupt zur Installation gelangt, aufgrund von Kratzern während der Herstellung und des Transportes. Das Glas ist unbrauchbar und wird unnötigerweise weggeworfen, was die Glasindustrie Geld und Zeit kostet. Das EnduroShield Sanierungssystem wurde entwickelt und ausgiebig getestet, um Kratzer von allen Glasarten zu entfernen, darunter Sekuritglas und Verbundglas, sodass Glasbetriebe und Installateure die Möglichkeit haben, ihre Schwundmenge zu reduzieren und Geld zu sparen. Es besteht ein riesiges Marktpotenzial, Kratzer auf installiertem Glas wirksam zu reparieren und zu entfernen. Fenster auf Baustellen können während des Baus zerkratzt werden, was Störung und Zusatzkosten wegen der Wiederbeschaffung zur Folge hat. Viele Betriebe und öffentliche Plätze werden ständig mit Graffiti versehen, was unansehnlich ist und im Falle von Geschäften Käufer abschrecken und somit den Umsatz mindern kann. Das EnduroShield Sanierungssystem wird schnell zur Nummer 1 beim Erneuern von Glas. Das einfache zweistufige Verfahren bietet ein hohes Maß an Zeitersparnis im Vergleich zu Konkurrenzsystemen, die bis zu fünf Arbeitsschritte und viele unterschiedliche Pads erfordern. Dank der Schnelligkeit und Wirksamkeit des EnduroShield Sanierungssystems besteht weniger Belastung für den Benutzer, sodass es ideal für die Sanierung großer Bereiche oder Mehrfachpaneele ist. Ein EnduroShield Partner zu werden hat als Investition viele Vorteile. EnduroShield bietet attraktive Gewinnspannen und hat keine Lizenzgebühren. EnduroShield bietet ein außergewöhnlich hohes Maß an laufender Unterstützung, um Ihnen dabei zu helfen, sich auf Ihrem Markt zu etablieren und weiterzuentwickeln. Werden Sie Teil einer wachsenden Anzahl von Unternehmen, die das EnduroShield Sanierungssystem verwenden, um Ihren Endgewinn zu erhöhen.